Und Hallihallo und Willkommen zu einem neuen Video bei Jumping Horses Champions 2. Hallo! Mann! Mann! Darf ich vorstellen, hier ist er. Leider ist am Start. Du meinst aber leider Loll. Ich darf doch vor meinem Namen sagen. Ich muss ja nicht mehr sagen, wie der Kanal heißt. Er ist nicht langweilig. Warum? Alter ConCraft, er sagt doch auch manchmal Luca. Er sagt doch, Jolly ConCraft ist am Start. Oh, wow. Was spielst du? Ach ja, übrigens, lasst ein Abo bei mir, Daniel. Mann! Klar, bitte. Und schaut wenigstens mal vorbei und lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und abonniert, wenn es euch gefällt. Und ja. Nein! Du nehmst jetzt nicht um. Da frisst dein Händchen. Ich verliere wegen dir. Ja, und? Ich lege dich jetzt übers Kreuz. Was? Ah, du flasch. Ah, spinnst du, geh runter von mir. Du legst dich auch immer auf meine Füße drauf. Es ist mir alles egal. Geh runter von mir. Ah, du bist so spinn. Okay, ich spiel jetzt. Okay, halt. Hier ist Lein am Start. Nein, nein. Nein. Das ist jetzt nicht. Nein. Nein. Du hast mich aufgenommen. Nein. Ich bin bei Kurt. Es ist mir schreckt egal. Das kannst du nicht auf dem Schnitt bearbeiten, du Hund. Nein. Jetzt lass los. Äh. Nein, wir drehen dich nicht. Wir drehen dich ab. Doch. Wir drehen es ab. Komm, wir drehen es ab. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ist das falsch? Ist das falsch? Ja. Ja, ja. Es ist falsch, ja. Ist das falsch? Nichts? Nein.